Hallo ihr Hübschen, ich bin gerade wach geworden und muss mal sagen, ich hatte einen ganz schlimmen Nachttraumfilm oder wie nenne ich das immer? Oder Traumnachtfilm? Ich habe gedacht, ich habe wirklich gerade gedacht, hallo? In was für einem Film bin ich gerade? Was für einen Film gucke ich gerade? Wer hat irgendwelche Filme an, wo die Welt gerade untergeht? Äh, hallo? Oh, also wirklich, ich bin froh, dass ich gerade wach geworden bin. Also eigentlich, ich meine, es ist, also ich bin um 18 Uhr im Bett gegangen und es ist 20.30 Uhr fast, weil mir war so übel. Also mir, ich war, auf einmal war ich total müde, ja? Und mir war so übel. Und dann habe ich einfach gedacht, ich lege mich hin und schlafe eine Runde. Und jetzt bin ich davon wach geworden, ja? Von so einem interessanten Nachttraum. Ich meine, nicht interessant, das war richtig heftig. Also wartet mal, ich muss es irgendwie mal wieder sortieren und wieder dahin kommen, dass ich das euch erzählen kann. Weil es ist echt heftig gewesen. Also irgendwie war da viel los, ja? Es waren irgendwo ganz viele Menschen irgendwo, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall irgendwo hier so, keine Ahnung. Eher, es war irgendwo. Und, ähm, es wollte, es war auf jeden Fall irgendwie auf der Welt natürlich, ne? Dass, ähm, so wie normal irgendwie alles los war, ne? Und dann hatte da irgendwie so eine 17-Jährige und eine 19-Jährige Bock drauf gehabt, irgendwie auf irgendeine Party zu gehen. Irgendeine Party in so ein abgelegenes Häuslein, ein paar Straßen weiter von dem Haus, wo die wohnen eigentlich. Und die 17-Jährige sollte, ja, also die 19-Jährige war eine Freundin wohl. Und die 17-Jährige sollte zu Hause bleiben, auf das Kleinkind, also ihre Schwester aufpassen. Oder das war der Bruch, Schwester, oder das ist eine Schwester? Könnte auch Junge gewesen sein, ich weiß nicht mehr. Und der Großmutter, also die alte Dame da, die Großmutter. Und einen Hund hatten die noch, weil die Eltern irgendwie, ähm, keine Ahnung, wo die waren. Das habe ich nicht so kapiert. Ich glaube, die waren entweder aus oder die waren arbeiten irgendwie. Auf, was weiß ich, für eine Mission. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die dann trotzdem raus. Also die beiden, also die Freundin ist so vorbei und dann sind die voll auf Party gegangen. So eine dunkle Party so, wo eigentlich auch keine 17- oder 19-Jährige gibt es zu tun. Also so sein sollten, dürften. Und so ein abgelegenes Häuschen, so, also das war eine, das war eigentlich ein, so ein, so ein, acht Parteien oder vier Parteien Haus, ja. Und unten im Kellerdings gab es halt so eine illegale Party oder so, ja. Und die sind schon dahin gegangen, wo es schon am Regeln war. Irgendwie kam ganz viel Regen. Also es war voll am Regeln und zwischendurch, also es war halt, zwischendurch auch, wo man da hergegangen ist, kein Regen. Habe ich auch nicht verstanden. Das war halt so ein komischer Traum, Leute. Ähm, das ist halt schon, ähm, da war glaube ich ein Bach oder so. Der Bach ist schon zum Fluss geworden oder noch mehr. Oder sogar die Straße irgendwie und diese Autos wurden, die Autos wurden alle, ja, die gingen alle auch unter, weil es so geregnet hat. Aber erst später, weil zwischen diesen Regenwolken, es waren wohl Regenwolken und auch aber wirklich lange Dinge, gab es dann zwischendurch Sonne und so. Und deswegen hatte die 19-Jährige zu der 17-Jährigen gesagt, ja komm, lass uns, die 17-Jährige wollte eigentlich erst mal nicht mehr, ne. Aber die hat so gemeint, weil die 19-Jährige gesagt hat, weißt du, da kannst du auch Sex haben. Entschuldigung. Da kannst du dein erstes Sex haben auf dieser Party. Und sie haben nur gesagt, mein Gott, was machen die da? Und dann sind sie halt trotzdem abgehauen auf dieser Party da. Und dann hatten die auf einmal, die 17-Jährige hatte, also wirklich, da durfte keiner angucken. Ich meine, das war nur mein, das war mein Kopf, das war ein Traum, ja, Leute. Ah! Die hatte dann Sex, ne, und wurde wohl in der Zeit schwanger. Also in der ganzen Zeit. Und die waren auch lange da. Und trotz alledem, auf dieser Party gab es auch irgendwie so eine Chefin, ja, die immer runden gegangen ist, ob wirklich nur 21-Jährige da sind und auch junge Männer und was weiß ich, und keine Minderjährigen oder auch 19-Jährige oder so, ne. Und dann hat sie auf einmal die 17-Jährige da mit diesen Typen da erwischt, ja. Und hat rumgeschrieben, ja, ihr müsst jetzt raus und so. Ihr müsst jetzt nach Hause gehen und was weiß ich, haut ab jetzt hier. Und das war schon so, was weiß ich, so 4, 5 Uhr morgens. Und, ähm, ja, dann haben sie gesagt, ja, dann gehen wir halt. Und dann wollten die auch gehen, aber dann sind sie rausgegangen und die konnten nicht mehr weg. Weil alle, die ganze Welt, die war halt unter Wasser so, also schlimmer als die Achenua oder was. Das war nämlich alles auch voll Schlamm. Also die ganze Erde ist auch so hochgekommen, so schlammig auch noch dabei. Und es gab nur wenige, aber die konnte man nicht von dem Haus so sehen. Nur, wenn man ganz nach oben auf dem Dach gegangen ist, konnte man sehen, dass es vielleicht noch ein paar Häuser oder so irgendwie noch stehen und überlebt haben, in Anführungsstrichen. Und man weiß, ob da noch Menschen drin waren oder nicht. Man hat es nicht gesehen. Auf jeden Fall. Ähm, was war dann? Ja, genau, dann sind sie wieder reingerannt, weil sie dann geschrien haben so. Und die Partie ging dann irgendwie zu Ende, weil irgendwann ist auch der Strom ausgefallen wohl. Oder ich weiß auch nicht, wie die da Musik und so gemacht haben. Wahrscheinlich mit dem Generator oder so. Weil das ist erst ja gar nicht aufgefallen, dass alles untergegangen ist, ja. Und dann schrie der 17-Jährige so rum, wie er, dass sie nicht nach Hause kommt. Also, dass sie nicht nach Hause kann und sich Sorgen jetzt trotzdem macht. Also, sie macht sich auf einmal totale Sorgen auf ihren Bruder oder Schwester oder so, Kleinkind da. Und auf die Oma da und auf den Hund. Und schrie da rum und die Musik war aus. Und alle, auf einmal ist das ganze Party da mit den ganzen Menschen da in Panik ausgegangen. Also, raus, also, ne, die sind da wild rumgelaufen. Und, ähm, ja, ehrlich. Was war noch? Ach ja, dann irgendeiner. Irgendein Mädchen da, ich weiß nicht, die war in 2022, hat er dann gesagt, wir müssen, ihr müsst alle Ruhe bewahren, wir müssen Ruhe bewahren. Irgendwas mit Ruhe bewahren, es wird alles gut. Und dann bin ich wach geworden, Leute. Dann bin ich wach geworden, weil ich gesagt habe, was sind das für Bilder? Ist alles untergegangen, ist alles Wazern, ne? Und das eine Haus, also das, wo die dann drin waren und diese Party hatten und, und oben auch noch welche wohl wohnten? Oder, wie weiß ich, keine Ahnung. Das hat gestanden noch, das hat noch gestanden und alles andere ist weggeflutet gewesen. Ja? Also, da bin ich wirklich, da bin ich gerade wach geworden, Leute. Das war ein Nachtfilm-Traum von mir. Ja, ich bin ja in Schlaf hier gewesen. Ehrlich. Und ich habe gerade nachgedacht, was für ein, was für ein Nacht war hier irgendwie so ein komischen Film. Wirklich den richtigen Film. Oder ob irgendwie so ein Film gerade läuft, so seit 20.15 Uhr, dass irgendwie so ein Film läuft. Ich weiß ja nicht, wie die heißt, wie die wieder geheißten, dass die Welt gerade untergeht mit Wasser und Schlammburken oder was weiß ich. Keine Ahnung, Leute. Das war heftig. Ich bin froh, dass ich wieder wach bin. Ich habe gesagt, nein. Und mein Auto ist, also ich meine, ich weiß gar nicht, wo ich da war. Ich habe das, glaube ich, nur so gesehen, weil ich so, ne, im Traum. Ich habe aber auch mein Auto gesehen, weil irgendjemand gesagt hat, ich glaube diese, ich war vielleicht auch dabei, ja. Weil nämlich diese 21 oder noch eine andere, hat mich ja so gesagt, wir können ja mit dem Auto nach Hause fahren. Also kannst du uns ja wegbringen. Und das Auto war auch schon halb am Absaufen. Ja, also das war, das Wasser war schon, ja, über die Reifen so, ne. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht hört es ja bald auf, so mit dem Wasser. Und dann nach ein paar Stunden, vier Stunden oder so später, bei der Party und alle schreien da rum und rennen raus und alles abgesoffen. Und einer sagt so, wir müssen Ruhe bewahren, alles wird gut. Heftiger Traum, Leute. Mein Gott. Tja, das wollte ich nur mal erzählt haben, weil ich jetzt wach geworden bin, bevor ich das wieder vergesse. Habt ihr ein bisschen was für eure Fantasie? Ihr könnt euch, ihr könnt euch meinen Nachtfilmtraum selbst oder, ähm, Traum? Wie sage ich das immer? Traumnachtfilm? Ich muss nochmal nachgucken. Ich weiß das nicht mehr. Ich habe ja schon lange nicht mehr so komisches geträumt, Leute. Und, äh, dass ich euch was erzählen kann. Also, könnt ihr euch dann halt selbst in eure Fantasie jetzt, äh, schön ausmalen, ob das alles wieder gut gegangen ist und ob die Ruhe bewahrt worden ist. Und, äh, ob die 17-Jährige und die 19-Jährige doch noch zu dem Haus der Eltern kam mit dem, ja, mit der, wo die Großmutter ist und der Bruder oder die Schwester oder was auch immer. Ähm, ja, genau. Das könnt ihr euch dann selbst ausmalen. Bis dahin wird schon eine schöne, schöne Zeit. Lasst euch nur gut gehen. Ciao. Ciao.